Moin Moin ihr Lieben und Willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein letzter Einsteiger und Klassenguide ist tatsächlich schon über ein Jahr her. Mittlerweile ist eine neue Expansion erschienen und die Subqualität in meinem damaligen Video lässt auch sehr zu wünschen übrig. Deshalb wollte ich das Ganze jetzt nochmal neu aufleben lassen. Ich hoffe ihr habt mit dem Video genauso viel Spaß wie mit dem alten. Los geht's nach dem Intro. Ja ihr Lieben, dann nochmal Willkommen zu meinem Klassen- und Starterguide. Und wir fangen auch direkt damit an erstmal zu schauen, welche Klassen könnt ihr am Anfang überhaupt wählen. Und gerade für Neueinsteiger, welche Klassen sind am Anfang erstmal am einfachsten und welche haben doch einen höheren Anspruch. Ja hier haben wir eine Liste von Klassen in Final Fantasy und wir können wählen erstmal grundsätzlich zwischen Tanks, Heilern und Damage Dealern. Ja bevor ich euch jetzt die Klassen erkläre noch ein kleiner Hinweis. Wenn ich euch hier zu viele Fachbegriffe verwende, dann klickt da oben gerne auf die Infobox und schaut euch das Video an. Das ist ein kleines Lexikon rund um MMO Final Fantasy mit den wichtigsten Begriffen, die man allgemein in einem MMO so verwenden kann. Von daher bitte schreibt mir nicht in die Kommentare, dass ich zu viele Fachbegriffe verwende, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Sondern schaut euch erst das Video an und guckt dann hier weiter. So kommen wir zu den Klassen, die wir am Anfang auswählen können. Und zwar haben wir da grundsätzlich erstmal die Unterteilung zwischen Tanks, Heiler und Damage Dealern. Die Damage Dealer teilen sich nochmal selber in drei Rollen auf. Das sind die Nahkämpfer, die physischen Fernkämpfer und die magischen Fernkämpfer. Am Anfang können wir wählen zwischen dem Paladin und dem Krieger, beziehungsweise die Starterklassen Gladiator und Marauder. Bei den Heilern können wir zwischen dem Weißmagier wählen und dem Gelehrten. Besonderheit bei dem Gelehrten ist, der Gelehrte startet als Damage Dealer und zwar mit dem Hermetiker. Den müssen wir erst bis Level 30 spielen, um dann den Jobkristall bekommen zu können, womit wir ihn zum Gelehrten machen können. Dazu gleich aber nochmal mehr. Bei den Nahkämpfern haben wir den Mönch, der als Faustkämpfer startet, den Dragoon, der als Pikenir startet und den Ninja, der als Schurke startet. Bei den physischen Fernkämpfern haben wir nur den Baden, der als Waldläufer startet. Die anderen Klassen, die hier noch zu sehen sind, die sind erst in späteren Expansions dazugekommen und die sind auch erst im Laufe der Story freischaltbar. Ihr könnt aber tatsächlich im Laufe des Spiels auch jederzeit eure Klasse wechseln. Bei den magischen Fernkämpfern haben wir den Schwarzmagier, der als Taumaturk startet, den Beschwörer, der als Hermetiker startet und die restlichen Klassen hier unten, das sind Handwerker und Sammler. Die könnt ihr prinzipiell auch jederzeit annehmen. Jetzt erstmal zum Hermetiker. Der Hermetiker ist eine Klasse, die Pets beschwört und mit diesen Pets entweder angreift oder heilt im späteren Verlauf. Sobald ihr Level 30 erreicht mit diesen Grundklassen, die hier zu sehen sind, könnt ihr euch durch die Quest eures Jobs einen Jobkristall sichern. Dieser macht aus eurer Klasse eine stärkere Klasse. Als Beispiel macht es den Waldläufer zum Baden. Oder wie jetzt im Falle Hermetiker könnt ihr euch entscheiden, ob ihr Beschwörer werdet oder Gelehrter. Das Geile bei dem Hermetiker ist tatsächlich, dass ihr zwei Klassen gleichzeitig levelt. Wenn ihr euch für den Beschwörer entscheidet, ist es total egal, ob ihr den Jobkristall vom Gelehrten auf Level 30 annehmt oder nicht. Ihr könnt auch mit Level 90 dahin gehen, nehmt den Jobkristall an und dadurch, dass der Gelehrte auch auf den Hermetiker basiert, ist der dann automatisch auch auf Level 90. Das einzige, was ihr dann tatsächlich noch machen müsst, ist einmal die Jobquests durchspielen, um auch alle Skills freizuschalten. Daher ein riesiger Vorteil für den Beschwörer, was vielleicht eure Wahl, mit welcher Klasse ihr startet, auch beeinflussen kann. Ansonsten, wenn man mit einer Klasse starten möchte und man hat noch gar keine Ahnung von MMOs, ist tatsächlich meine Wahl der besten Anfängerklasse der Waldläufer. Der Waldläufer ist relativ simpel und intuitiv zu spielen. Seine Angriffe, die procken und leuchten auf, sodass ihr in dem Fall auch direkt wisst, welchen Skill ihr als nächstes verwenden müsst. Und was auch noch dazu kommt, der Waldläufer, der bekommt sehr, sehr früh, so wie auch die anderen physischen Fernkämpfer, ihre AOE-Attacken, was es gerade in frühen Dungeons nochmal leichter macht, mit dieser Klasse zu spielen. Solltet ihr noch gar keine Ahnung von MMOs haben, würde ich euch tatsächlich von Verteidiger, also von Tanks und von Heilern erstmal abraten. Auch in niedrigen Dungeons könnt ihr die Gruppe dazu bringen, zu wipen, also dass alle sterben und ihr nochmal von einem bestimmten Punkt an neu anfangen müsst, wenn ihr keine Ahnung habt, was ihr tut. Und viele Sachen lernt ihr auch erst im Laufe der Zeit kennen, okay, was bedeutet dieses Symbol innerhalb des Kampfes und was ist das Symbol, etc., etc. Und das aus DD-Sicht ist immer ein bisschen leichter, als wenn dann auch noch so viel Verantwortung auf euch liegt, dass ihr alle Ads, die um euch rum sind, halten müsst und die Aggro halten müsst. Oder noch viel schwieriger, dass ihr gleichzeitig auch noch den Tank und die Gruppe am Leben erhalten müsst. Der Gelehrte allerdings ist, wenn ihr euch dafür entscheiden wollt, einen Heiler zu spielen, die leichteste Wahl, aufgrund dessen, dass er auf den Hermetiker beruht. Hermetiker beschwört Pets, wie ja schon gesagt. Genauso macht das der Gelehrte, der beschwört eine Fee und diese Fee, die hilft euch beim Heilen. In vielen niedrigen Dungeons braucht ihr fast auch ausschließlich nur eure Fee und könnt euch ansonsten auch weiterhin aufs Angreifen konzentrieren. Das macht es ein bisschen einfacher. Wenn ihr aber grundsätzlich nochmal einen Guide haben möchtet zu Tanks und Heilern, dann kann ich euch da auch gerne nochmal meinen Kanal empfehlen. Da habe ich auch noch was oben, vielleicht werde ich das demnächst auch nochmal rebooten, aber da bekommt ihr auf jeden Fall nähere Infos. Wenn ihr euch also jetzt für eure Starterklasse entschieden habt, dann ist es auf jeden Fall ganz wichtig, da auch die Ausrüstung auf dem Laufenden zu halten. Wenn ihr als Weitläufer angefangen habt, dann startet ihr in Gridania, da seid ihr zum Beispiel dann hier unten auf der Karte beim Markt und könnt da mit ein paar Gil auch Ausrüstung kaufen. Hier habt ihr die Levelunterteilung, wo ihr euch gerade befindet und da könnt ihr für jede Starterklasse auch eure Waffen kaufen und ausrüsten. Ihr werdet auch in Dungeons kommen und dort Ausrüstung bekommen, allerdings lohnt es sich nicht die Dungeons mehrfach zu laufen, damit ihr euch in dem Dungeon full equippt und um dann zum nächsten Dungeon zu gehen, weil ihr einfach so viele Erfahrungspunkte bekommt, dass ihr die Dungeons nicht mehrfach laufen müsst. Es reicht am Anfang, wenn ihr die einmal gelaufen seid. Als DD reicht es prinzipiell, wenn man sich so alle 5 Level neue Ausrüstung holt, das ist völlig fein, auch für die Dungeons, in die ihr rein müsst. Wenn ihr euch dafür entschieden habt, einen Tank oder einen Heiler zu spielen, dann rate ich auch dazu, eure Ausrüstung so aktuell wie nur irgendwie möglich zu halten. Das liegt daran, weil ihr am Anfang gerade als Tank auch ziemlich viel Schaden reinbekommt, wenn eure Ausrüstung schon 5 Level zu niedrig ist und Heiler haben es dadurch deutlich schwerer, euch auch am Leben zu halten. Auf der anderen Seite bei Heilern genau dasselbe, wenn ihr einen Tank habt, der seine Ausrüstung 5 Level unter dem hat, was der Dungeon eigentlich voraussetzt, ist es für euch auch deutlich schwieriger, ihn zu heilen und da kann es euch helfen, wenn ihr schon höhere Ausrüstung habt, mit dem ihr einfach höhere Heilzauber bzw. stärkere Heilung raushauen könnt. Also solltet ihr euch dafür entscheiden, Tank oder Heiler zu spielen, haltet eure Ausrüstung so aktuell wie nur irgendwie möglich. Final Fantasy hat auch eine Schnellreisefunktion. Gerade in Städten findet ihr diese kleinen Stadt-Etheriten oder auch einen sehr sehr großen in der Mitte der jeweiligen Städte oder außerhalb von Städten auch diese sehr sehr großen Etheriten. Wenn ihr an so etwas vorbeikommt, lohnt es sich die einmal anzuklicken und sich damit zu harmonisieren, so nennt sich das Ganze, damit ihr diesen Schnellreisepunkt freischaltet und dann könnt ihr durch einen kleinen Gilbetrag zu anderen Gebieten teleportieren. Innerhalb der Stadt ist das Teleportieren von Stadt-Etherit zu Stadt-Etherit kostenlos, ansonsten kostet das je nach Entfernung, zu der ihr hinwollt, eine bestimmte Menge an Gil. Aber wie startet ihr jetzt eigentlich so richtig ins Spiel? Also da kann ich euch nur den Tipp geben, ihr bekommt massig Erfahrung. Ihr braucht nicht grinden, ihr braucht euer Level nicht grinden, um in der Story fortzuschreiten, sondern ihr bekommt meistens so viel Erfahrung, dass ihr schon ein paar Level über dem seid, wo sich eigentlich eure Hauptstory-Quest aktuell befindet. Das wird im Laufe der Zeit so oder so kommen. Daher rate ich euch, euch am Anfang auch grundsätzlich auf die Hauptstory zu fokussieren und die Dungeons jeweils nur einmal zu laufen, die, die ihr laufen müsst. Es kommt im Laufe der Story auch vor, dass ihr in kleinere Prüfungen rein müsst, für die sich kaum noch Spieler anmelden. Da kann ich euch empfehlen, sucht euch jemanden in eurer Gilde, die ihr vielleicht schon habt, wo ihr beigetreten seid oder benutzt den Neulings-Chat und fragt da die Leute. Es gibt nämlich die Möglichkeit, in solche Dungeons auch Ansync, nennt sich das, reinzugehen. Das bedeutet, ihr müsst keine vier bis acht Leute haben, sondern da reicht prinzipiell schon eine Person. Ihr werdet dann nicht runtergestuft und wenn ihr zusammen mit jemandem, der Level 90 ist, da reingeht, dann macht ihr ein, zwei Attacken auf den Boss und der Boss ist tot. Das ist eine Variante, wie man das machen kann. Ihr verliert dadurch prinzipiell auch nichts von der Story. Die geht ganz normal weiter, aber gerade als DD oder auch als Tank oder Heiler in den ganz, ganz niedrigen Prüfungen wartet man auch schon mal 30 Minuten oder länger. Und das ist sehr, sehr viel Zeitverlust und total unnötig für einen Kampf, der selber für euch nicht wirklich wichtig ist. Ihr werdet im Laufe der Story so oder so nochmal in diese Prüfungen auf einen höheren Schwierigkeitsgrad reinkommen und dann kann man sich die lieber auf dem Level anschauen. Verschwendet also nicht so viel unnötige Zeit damit, um einen bestimmten Inhalt zu machen, der jetzt grundsätzlich erstmal keine hohe Priorität hat. Was ihr tatsächlich mitnehmen solltet und was ihr auch immer machen solltet und nicht ansynkt mit einem Freund, sind die ganz normalen Dungeons, weil ihr dadurch ja auch Erfahrung bekommt. Und wenn ihr die nicht macht, die, die euch die Story vorschreibt, dann kann es natürlich sein, dass ihr irgendwann doch nochmal das ein oder andere Level machen müsst, um in der Story weiter voranzuschreiten. Prüfungen selber geben aber nicht wirklich viel Erfahrung, von daher könnt ihr auch darauf verzichten. Das nervigste am Anfang, gerade beim Leveln und Questen, ist die lange Wartezeit für die Dungeons, Prüfungen etc. Gerade DDs haben es dann nochmal deutlich schwieriger, weil die Masse an DDs natürlich größer ist als die von Tanks und Heilern. Daher finden die nochmal schwieriger einen Inhalt bzw. müssen länger warten. Es gibt aber einen kleinen Trick, wie ihr die Wartezeit zumindest um einiges verkürzen könnt, die euch am Anfang so auch nicht erklärt wird. Wenn ihr in der Inhaltssuche seid und ihr geht hier oben auf das Zahnrad, könnt ihr unten die Sprache einstellen von den Leuten, die eurer Gruppe beitreten dürfen bzw. die mit euch aufgefüllt werden sollen. Standardmäßig ist, wenn euer Spiel auf Deutsch ist, dass ihr hier unten nur Deutsch habt. Das heißt, ihr sucht auch nur nach deutschsprachigen Leuten, was eure Wartezeit enorm erhöht. Wenn ihr allerdings hier unten alles anklickt, dann sucht ihr auch nach Englisch, Französisch und Japanisch sprechenden Leuten, was für einen normalen Dungeon ja auch erstmal völlig okay ist, weil da gibt es nicht viel, wo ihr mit den Leuten kommunizieren könnt. Und in der Regel ist ja Englisch so eine Sprache, die zum Teil zumindest jeder einigermaßen versteht. Zumindest ein paar grobe Ausdrücke etc. Daher klickt ihr unten ruhig alles an, damit auch jeder Spieler in Final Fantasy für eure Gruppensuche bzw. Inhaltssuche in Betracht gezogen wird. Noch eine wichtige Sache und zwar sagte ich ja bereits, dass ihr euch grundsätzlich erstmal auf die Hauptstory konzentrieren sollt und auf eure, das sage ich jetzt nochmal mit dazu, auf eure Jobquests, weil die immer neue Skills oder in der Regel oftmals neue Skills für euch freischalten. Zusätzlich gibt es noch massig viele andere Quests auf der Map und ihr werdet damit quasi überschlagen. Da hat Final Fantasy aber ein gutes System gefunden, um euch das Wichtigste einmal zu zeigen und das sind die blauen Quests. Alles was blau ist, schaltet etwas Neues frei. Bedeutet Berufe zum Beispiel wie Handwerker und Sammler, aber auch Sachen wie Materia, wie setzt ihr Materia ein, wie meldet ihr Sachen, wie färbt ihr Ausrüstungsgegenstände und und und. Heißt alles was blau ist, könnt ihr am Anfang auch anklicken und mitnehmen. Wenn ihr erstmal keine weiteren Jobs nebenbei freischalten wollt, dann kann ich euch da den Tipp geben, die Jobs die sind nur in den Hauptstädten. Wenn ihr hier auf der Karte guckt, dann seht ihr hier auch zum Beispiel die Gerber Gilde. In der Regel wäre da ein blaues Zeichen. Wenn ihr wisst, das blaue Zeichen ist bei einer Gilde und ihr wollt den Beruf nicht freischalten, dann geht da einfach nicht hin, dann lasst es erstmal offen, bis ihr das irgendwann machen wollt. Außerhalb der Welt, alles was blau ist, könnt ihr tatsächlich annehmen, weil da sind teilweise wichtige Sachen bei, die euch neue Funktionen im Spiel auch freischalten. Zum Schluss nochmal, eine Sache, die ihr auf jeden Fall auch machen könnt, ist am Anfang das Layout ein wenig für euch bearbeiten. Ihr könnt über diese Funktion die verschiedenen Sachen, die auf dem Bildschirm zu sehen sind, an ihre richtige Stelle rücken, da wo ihr es haben wollt. Ich rate euch grundsätzlich den Bildschirm so clean wie möglich zu halten, damit ihr auch so viel wie möglich von den Gegnern seht, was die gerade tun, wo die ihre Attacken ausführen etc. etc. Deshalb schaut am Anfang, womit ihr am besten klarkommt. Da werde ich demnächst dann auch nochmal ein Video zu machen. Aber jetzt erstmal für den Anfänger-Guide kann ich euch nur sagen, probiert euch da selber ein bisschen aus. Schaut, wo was für euch okay wäre. Es ist auch völlig okay in einem Dungeon, wo ja das Layout auch nochmal ein bisschen anders ist. Mal kurz stehen zu bleiben und die verschiedenen Sachen, die nur in einem Dungeon auftauchen, sich nochmal so zu verschieben, wie man es braucht. Da schreibt am besten den Leuten kurz in den Chat so, give me a second or something else, was auch immer, damit die dann Bescheid wissen und nicht ohne euch losrennen. Aber schaut auf jeden Fall, dass ihr euren Bildschirm so clean wie möglich haltet. Ja, ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen und konnte euch weiterhelfen, gerade dann, wenn ihr auch neu eingestiegen seid im Spiel. Ich hoffe, dass ihr euch jetzt deutlich besser zurecht findet. Wenn dem so ist, dann gebt mir gerne ein Like und schreibt mir was in die Kommentare und auch an alle anderen, die das Spiel schon länger spielen. Wenn ihr noch ein paar weitere Tipps habt, schaut euch nicht davor, das auch in die Kommentare zu schreiben. Ansonsten würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, wenn du das Ganze nachholst, um auch keine weiteren Videos zu verpassen. Ich werde definitiv jetzt die Tage noch ein Video online stellen zu meinem Overlay, zu meinem Layout und da ein paar Tipps geben. Und zusätzlich werde ich noch ein Video machen zu RDPS und ADPS, was da der Unterschied ist. Also, wenn du keine weiteren Videos verpassen möchtest, dann drück den Abo-Button. Ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal.